Ja, hallo, hier ist immer noch Klaus von der Generation. Das ist Sudoku Open, Sudoku 17, nein 16, Open Sudoku 16 und nach der Pause habe ich schon etwas weiter gemacht. Ob das richtig ist, weiß ich nicht so genau. Also bei den Einsern bin ich hier oben weitergekommen und da habe ich zwei Einser. Da fehlt also jetzt noch der Einz. Da war drei Einser. Und da haben wir auch drei Einser. Gut, das heißt, die Einser haben wir also voll. Dann kommen die anderen löschen an der Einser. Und... Da haben wir zwei Siebener, zwei Sechser und zwei Vierer, zwei Vier Sechs. Da haben wir sieben, acht, sieben, vier, vier, sieben. Da haben wir sieben, acht, sieben. Ja. Da haben wir sieben, acht, 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 acht. Ja. 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 Daach. Untertitelung des ZDF, 2020 Und der kann der kann der Ziegen und der auch kann der Ziegen. Jetzt haben wir 1, 2. Jetzt muss also 7.10. Und der muss wieder 1. 1. 2. 3. 2. 3. 3. 4. 4. 4. 5. 5. 5. 5. 6. 5. 5. 5. 5. 6. 6. 6. 6. 6. 7. 8. Vielen Dank. 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 Yeah. Ja. Ja. Yeah. Ja. 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 Jetzt haben wir dann ne neun oder wie? Eins, zwei, das muss ne neun sein, genau. Und das sind die sechs da oben. Und dann haben wir da die sechs. Gut, das heißt die sechs können wir weg machen. Und ähm, jetzt haben wir nur zwei sechs, ja. Jetzt haben wir dann acht und neun. Das muss also neun sein. Das kann neun sein und das ist die neun. Gut. Das heißt ähm, der die acht kann weg. Dann die acht kann weg, dann muss das die sieben sein. Und wenn das die sieben ist, dann muss das die acht sein. Gut, jetzt haben wir noch vier und fünf da oben. Und dann sieben, da können wir auch die sieben wegmalen jetzt. Hier können wir die sieben wegmalen. Da haben wir noch vier und fünf. Da auch vier und fünf und sieben. Ja, gut. Jetzt haben wir da drei siebener. Zweieinster. Hier habe ich das alles hier unten. Zweieachter. Das heißt die acht muss da sein. Und dann haben wir da drei acht hier unten. Wir haben also ne acht. Das heißt also wir können die anderen acht hier löschen. Da löschen. Da löschen. Da löschen. Da löschen. Ähm. Wie sieht das mit jetzt raus? Da kommt keine vier hin. Kommt da an die sechs hin. Da könnte an die sechs hin kommen. Also eins geht nicht. Zwei nicht. Drei nicht. Ja ist ja nur eine Zahl offen. Ist ja voll aus hier. Es muss die sechs sein. Da habe ich jetzt gar nicht sofort erkannt, dass es voll aus ist. Also haben wir sechs. Sechs. Das heißt also die sechs können wir wegmachen. Die sechs können wir löschen. Da haben wir dann noch vier zwei. Zwei. Und da haben wir auch ähm. Ähm. Zwei kann da nicht sein. Wo wir ja dann eine zwei haben. Und dann eine zwei. Also muss die zwei weg. Jetzt haben wir ja nur noch zwei Fälle. Ja. Ich muss die zwei dort hin. Weil dort haben wir ja auch nur zwei. Also ist das die zwei. Ja. Jetzt fehlt hier noch was. Die vier ne. Da fehlt ja die vier. Da fehlt die vier. Ja. Dann. Muss ich mal gerade die Pause machen. Aber nach der Begratung. Oh nein. My Pontel. Sorry. So, tut das wäre ja was, das war vielleicht. � Deswegen. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020